Akrapovic Was steht da? Akrapovic Sportausbruch Heute machen wir Vorher müssen wir Standard-Korosche machen wir an Ne? Das ist Standard-Korosche Das ist Weißlich Das ist Die rauskommen Das ist ein guter Stück, so eine Carbon, hier steht die E-Nummer drauf, überall steht die Nummer, das ist für den Tuff, so eine Carbon, sieht schon aus. Das ist hier DB Killer, das kann man nicht irgendwie ausbauen oder so, das ist so fest montiert, sieht man hier, ein bisschen weiter, gut, das haben wir noch. Das ist die Rohr, die Halterung, auch Plastischhalterung, das ist natürlich Einbauleitung und ABE, das ist diese Kerze. ABE, von Ausbruch. Was haben wir noch, hier ein Seller, zu wissen, glaube ich. Aber was ist das, keine Ahnung. Ein paar Schrauben, wie fehlt das so ein Stück. Schrauber, das kommen einfach hier da drauf. Mal gucken. Jetzt mal ein bisschen ausbacken. Hier gibt es eine Schraube, ne, ich glaube es ist ein Schrauber. Und hier eine. Da muss man die beide ausbauen. Das ist einfacher, ne. Nicht so viel Arbeit. So. So. Das ist das gute Stück raus. Ja. Ja. So. Machen wir jetzt ohne Installdämpfer. Machen wir kurz an. Ohne Installdämpfer. Das ist ein kranker Song, ja. Das ist so krank. Das ist hier so. Ja. Das ist so krank. Das ist so krank. Schrauber. Mach uns drauf, oder? Ja. Was ist denn das? Ne. está gut, hört. Was kommt drauf? Ja, jetzt weiß es sein, habe ich da. Schrei Life da mal normal. Lass es nicht immer. 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 Lass es nicht immer noch. Lass es nur noch mehr. Lass es nicht immer noch mehr. Lass es nicht immer. So, eine Seite, genau so gleich. So, wieder runter. So ein bisschen zählen. So, wieder runter. So fest. So, wieder. So runter. So muss das sein, oder? So runter. Andere Seite montieren. So runter. Das macht mich. Lieber so andere Seite. So weiter. Jetzt kommt die andere Seite auch rein. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Gleich. So, moment fest. Ja, muss ich ja noch runter, ne? Runter noch fürs Mal. So, jetzt ist ein Sportausflug drin. Das ist alte Endzahldämpfer. Neue drauf. Natürlich mit Kart. Ne, original Kart drauf. Das war eh nicht. Machen wir kurz an. Das ist Standardgeräusche, ne? Das ist... Weiß nicht. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020